Hast du dich erkältet? Nein, man kürzt einfach nicht gut. Allein schaffe ich das nicht. Ich bin ja nicht die Einzige, die den Traktor fahren kann. Aber Anne fährt morgen wieder. Bleib doch einfach noch ein bisschen länger. Anne! Was ist denn jetzt wieder los? Weißt du, was sie hat? Diana. Hallo, Papa. Hallo. Was sind die Kinder? Die habe ich ins Dorf geschickt. Die bringen dem Kaufmann die Einkaufsliste. So spät noch? Hast du heute was gefunden? Ein paar Bleche. Nicht sehr groß, aber dafür kaum Rost. Ein paar Bleche. Wie lange, glaubst du, sollen wir davon leben? Ich werde schon was finden. Ich werde schon was finden. Ich meine das ernst. Wenn du nicht bald mal endlich was richtig Großes findest, dann werden wir hier noch alle verhungern. Ich bin schon mal hin. Ja, ich bin nur noch einiger. Ich bin schon mal. Das ist noch viel. Ich bin für heute. Und dann bin ich unsere Halle. Untertitelung des ZDF, 2020